Papas neue Brille. Heute Video zum Thema Ploy. Vergleich billige China Ploy zum Bartek Ploy. Und los geht's. So jetzt haben wir hier die China Ploy. Da ist ein Beipackzettel dabei. Da fällt mir aber schon auf, die schreiben hier Torque Feed per LBS 45 sollen wir anziehen, wenn ich das umrechne in meinem super geilen Drehmomentschlüssel von Snap-on. Dann sind das 61 Newtonmeter. Und wie ich ja im ersten Video gesagt hatte, über Ploy-Schrauben anziehen, das ist einfach viel zu wenig. Wir müssen das per Streckung anziehen. Und das ist schon mal das erste Manko an diesen Ploylen. Dann gucken wir weiter. Papa muss sich ersetzen. Ich bin auch schon älter. Ist mir dann gemütlicher. Ich habe hier eine Tafel gemacht. Hier sind halt China Ploy, hier sind Bartek X Ploy. Hier gewinnen natürlich die China Ploy. Die sind natürlich sehr günstig, aber das hat natürlich auch seinen Preis. Ich will ja nicht sagen, dass alles was teuer ist, was gut ist. Aber ihr werdet jetzt im Laufe des ganzen Vortrags von mir sehen, warum der Preis eigentlich besser ist unterm Strich. Das sind Ploy, die uns auch ein Kunde geschickt hat. Da sagt er, hier winkel mir die mal. Alles klar. Habe ich gesagt, mache ich mal. Habe ich auch soweit fertig gemacht. Alle vier Ploy waren krumm. Das heißt, wir mussten alle Ploy richten auf der Presse, damit die gerade sind. Der Nachteil ist, wenn ein Ploy krumm ist, das ist ja dann so, es ist ja dann so gebogen oder in diese Richtung krumm. Das bedeutet, wenn hier der Kolben sitzt, der Kolben wird dann einseitig nach hier oder einseitig nach da an die Zylinderwand gepresst. Der Kolben berührt ja eigentlich die Bohrung nicht, sondern das machen ja die Kolbenringe. Deswegen sind die Kolbenringe auch so wichtig. Aber in dem Fall, das ist eine Ölschicht, ein Ölfilm zwischen der Bohrung und dem Kolben. Wenn da aber das einseitig zu wenig Spiel gelassen wird für den Kolben, nutzt er sich an einer Seite mehr ab. Natürlich auch weniger Leistung und so weiter und so fort. Was kann passieren? Kolbenfresser, Bohrung kaputt. Deswegen immer winkeln oder winkeln lassen. Das ist ein Service, der kostet uns natürlich auch extra. Das heißt, wir müssen das auf die 240 Euro drauf rechnen. Was wir natürlich auch machen, ist natürlich die Bohrung hier oben kontrollieren. Das tun wir aber auch beim Winkeln. Wir messen die Bohrung hier. Die Bohrung hier unten ist ganz wichtig auch, weil da sitzen ja die Pleulager. Wir messen die mit einem Innentaster. Ich mache das mal eben, um euch das zu zeigen. Ich weiß nicht, ob wir das gut sehen werden können. Null wäre gut und wir sind jetzt halt bei minus zwei. Also zwei Hundertstel ist das Pleul zu eng. Das kann jetzt, wenn wir das hier hin drehen, müssen wir das auch noch einmal da und wir messen das noch einmal da. Also immer so wie so ein Kreis. Ich kann das nochmal aufzeichnen. So werden halt, dass der Grundkreis ist und hier so, hier so und so, messen wir einmal so, so und so. Und das muss überall nach meiner Uhr Null sein, ein bestimmtes Maß. Was kann passieren, wenn es zu eng ist? Das ist ganz einfach. Ihr baut euer Pleulager da in die ganze Geschichte ein und es ist ja zu eng. Das heißt, das Lagerspiel verändert sich und es ist nicht so, wie es sein soll. Im schlimmsten Fall Lagerschaden, Motor, Kuppelwelle auch wieder kaputt. In dem Fall müssen wir das abgeben. Wir haben keine Hohlmaschine dafür, weil wir brauchen das nicht. Mit unserem Pleul machen wir das nicht. Müssen wir nicht machen. Müssen wir auch wieder wegbringen oder wegschicken. Kostet den Kunden wieder extra. Habe ich hier mal aufgeschrieben, was das extra kostet. Das sind 280 Euro, die der Kunde jetzt bezahlt, plus natürlich die Zeit, sind dann unterm Strich 520 Euro. Also sind die Pleul, wenn sie dann danach passen, 30 Euro teurer. Die Sache ist die, mit Sicherheit werden sich viele diese Pleul einfach kaufen, einbauen, so anziehen und einfach auf gut Glück sagen, ist mir egal, ich fahre das so. Das kann eine gute Zeit gut gehen, aber früher oder später wird das Probleme machen. Und dann ist irgendwas kaputt und man weiß vielleicht gar nicht, wo es herkommt. Oder denkt, das sind die Kolben Käse oder die Schrauben sind Käse, die Lager sind Käse. Also das ist schon, das an einem Pleul muss man definitiv machen. Was mir noch aufgefallen ist, also wir haben gesagt, krumm, unsere sind gewinkelt. Die Pleul haben keine Ölstarkbohrung, unsere Pleul haben alle eine Ölstarkbohrung. Das seht ihr ja hier dran. Das ist ja diese Riffeldrillbohrung, die einfach dafür sorgt, dass hier das Öl, was sowieso schon da ist, weiter nach oben zum Kolbenbolzen geht. Da. Und diesen extra schmiert. Ist vielleicht nicht immer nötig, aber wir haben uns einfach dazu entschlossen, alle unsere Pleul damit zu machen, weil es einfach besser ist, in meinen Augen. Du musst euch natürlich vorstellen, das ist ein großer Aufwand, da jetzt einen Fräser oder einen Bohrer zu besorgen, der genau in der richtigen, im Geräten genau richtigen Winkel und Maß das nach oben bohrt. Deswegen ist das ein Aufwand, den halt nicht jeder macht, vor allem nicht bei so einem günstigen Pleul. Wird dann einfach nicht gemacht. Was mir auch noch aufgefallen ist, Hohnen nötig, das ist ja das mit dem Grundkreis, was ich hier erklärt hatte, ist bei unserem Pleul nicht nötig. Das Finish ist schlecht. Wir haben unser super Finish gemacht. Finish. Mit dem Finish meine ich jetzt die Oberfläche. Wenn ihr das so ein bisschen, das ist halt so rau, man kann da auch mit dem Finger drüber, die Oberfläche ist rau. Man muss dazu verstehen, wie so ein Pleul ja gefertigt wird. Das wird dann geschmiedet und die Oberfläche ist nicht immer perfekt. Deswegen geht man hin und beschießt das Pleul in einem der letzten Prozesse mit Stahlkugeln, mit kleinen Stahlkugeln. Damit erreicht man eine bessere Oberfläche. Das heißt, die Oberfläche wird nochmal extra verdichtet und sorgt dafür, dass das Pleul, ja ich will mal sagen, ist gepanzert von außen. Dadurch erreichen wir, dass das Pleul, das wird ja einmal auf Druck und auch auf Zug belastet, dass die Oberfläche nicht so schnell nachgibt. Würden wir das nicht machen bei einem Pleul, das würde mir sicherlich auch bestimmte Leistung halten, aber es könnte eine Kerbwirkung entstehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, im Mikrobereich hätten wir hier irgendwo kleine, ja so kleine, so würde das dann aussehen. Überall so kleine Risse, würde ich mal sagen. Und wenn das Pleul bricht oder anfängt sich auszudehnen, dann ist das natürlich immer in dem Bereich, also hier in dem Bereich, plus da, wo wir eine gewisse Sollbruchstelle ja schon haben. Das heißt, wenn wir ja hier irgendwo jetzt übertrieben gesehen schon eine Beschädigung vor dem Pleul haben, dann würde das von da aus, von dieser Stelle sich anfangen zu deformieren. Deswegen beschießt man das mit Kugeln. Ist auch hier gemacht worden, ist auch zumindest so optisch, wie ich das sehen kann. Moment, muss ich noch die Brille ausziehen. Soweit okay. Zumindest das, was ich sehen kann. Ich sehe aber allerdings, dass hier diese Stellen, da zum Beispiel diese Winkel, die sind auch relativ ungünstig. Das ist halt alles, was nicht geglättet ist, ist immer eine Sollbruchstelle. Da könnte das Pleul anfangen, Probleme zu machen. Aber auch, wo war das denn nochmal? Im Mikrobereich sieht man auch hier, diese Oberfläche hier ist auch sehr kantig, sehr rau. Da ist auch schon eine Bestätigung drauf, obwohl es relativ gut verpackt ist. Also es ist natürlich auch immer ein Prozess. Das Pleul hat sehr viele Prozesse, die es durchläuft. Und da haben wir halt dann auch später gesagt, wir wollen uns verbessern. Wir wollen es ja immer weiter verbessern, weil es gibt ja immer was zu verbessern. There is always room to improve. Und da seht ihr zum Beispiel an unserem Pleul, dass die Oberfläche sehr glatt ist. Also das ist dann nach dem Beschießen mit den Stahlkugeln, wird das Pleul nochmal extra wie poliert. Das ist auch noch wiederum der Vorteil, dass das Pleul besser die Temperatur abgeben kann und dass das Öl besser am Pleul runterläuft. Früher hat man die Pleul hier so Golf 1 oder so, da hat man noch originale Pleul genommen. Da war das ja noch nicht mit dem Turbo. Da hat man originale Pleul genommen und hat die dann einfach noch die Oberfläche poliert. Ja, eben aus diesem Grund. Also das ist von der Oberfläche auch nicht perfekt. Das habe ich hier aufgeschrieben. Finish schlecht. Wir haben da unser super Finish. Und jetzt kommt die große Frage der Fragen, aus was für einem Material besteht das? Wie viel kann das Pleul ab? Ich habe mal bei dem Verkäufer mal geguckt. Die haben zwar das Material angegeben, aber man weiß es nicht. Wer soll mir das jetzt sagen, ob das wirklich so ist oder nicht? Man kann das Material untersuchen lassen, aber das ist natürlich sehr kostspielig und aufwendig und ich würde da jetzt nicht irgendwie vier Pleul hinschicken zur Materialuntersuchung. Also da musst du auch die Kirche im Dorf lassen. Ich weiß, aus welchem Material unsere Pleul bestehen und die halten 1000 PS und aufwärts. Also wir hatten noch nie ein kaputtes Pleul. Dann als letzter Punkt haben wir hier aufgeschrieben. Wir sind 280 Euro. Müssen wir extra bezahlen, damit die Pleul übermaßhaltig sind und so sind, dass wir sie einbauen können. Guten Gewissens. Und unsere Pleul sind halt Plug and Play. Der andere Vorteil ist natürlich auch, unsere Pleul sind auch auf Lager und hier, wenn ihr die hier bestellt, kann ja auch zum Beispiel sein, dass die Pleul dann direkt aus China kommen oder aus einem anderen Land. Dann müsst ihr natürlich zu den 240 Euro auch noch Mehrwertsteuer mit aktuell 16 Prozent und Zoll und bla 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 und noch länger drauf warten. Und bei uns ist immer meistens alles heute bestellt, morgen da. Ich hoffe, das hilft euch jetzt ein bisschen weiter, das zu verstehen und dass ihr euch dann später doch entscheidet, lieber ein paar Euro mehr auszugeben. Und bei so einem kritischen und wichtigen Teil einfach, ja, dass ihr einfach Ruhe habt. Weil ihr baut euch dann einen Motor auf für viel Kohle und nachher verpufft das Ganze oder explodiert der ganze Block und dann ist das ganze Geld weg und der ganze Ärger dazu. Gut, in dem Sinne, das war's von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.